und bereit also erst da ich schaue der fliegt auch ordentlich sonst muss ich jetzt der andere nehmen wenn der bus von links nach rechts fliegt auf der web und wir nach daily bagel müssen dort da habe ich so ein ding zu aktivieren und da kannst du gleich die barrikaden schrotten und er fliegt von links nach rechts wir können bei daily bagel land da mache ich erst die dinger kaputt und dann gehe ich zum sender ja du brauchst mit kaffee denkt man wir müssen wieder ein epischen holen für den kronen sieg ja wer hat dann versuchen auf dem luftschiff da zu landen oder oder wohin wer praktisch wenn wir eigentlich in der stadt land anstatt da oben da unten hast du im übrigen auch ein panzer wenn du direkt auf dem land ist kannst du einsteigen und losrotzen du kannst gerne das auch ausnehmen ich nehme nur ein kleineres daneben ich muss auf der straße landen daco ach so ich muss die barrikaden kaputt machen warum weiß ich jetzt schon dass das schief gehen wird aber egal das wird auch schief gehen hundertprozentig sonst fliegt doch erstmal zur tanke da und ich kann doch erstmal da hinfliegen wo der sender ist tatsächlich ich muss bei mir den sender rund um tiltet machen ein oder ein weil den rest habe ich schon ich lande direkt beim sender ich werde abgeschossen zerstöre straßensperrung ich habe mir geholen im mini-ozen ok ok ich musste aber weil ich beschossen wurde auf das luftgeschranken ob ich nicht wollte ja alles gut wo bist du da jetzt ich renne um die stadt herum tatsächlich gerade erst einmal genau da unten ist ein dreier team was ane das sind unsere ups kann ich ja einfach so runterspringen und fallschirm aktivieren nein scheiße wie komme ich dann von dieser schwanzflosse runter ja in dem du wieder hoch gehst und eins von den dingern da benutzt im luftschiff sind glaube ich welche ne doch nicht ich bin nicht mehr ansatzweise bei dir ich bin weitest geht's safe mit 5 hp fuck ey holy ja die hier zählen nicht ne scheiße ja ohne jedenfalls versuche ich zu kommen alter was war das denn ich habe den grony gesehen nein da wird aber ordentlich rum geballert und das war ein spieler der mich im übrigen abgeschossen hat ich habe solche bots noch nie gesehen ich bin weg jo mach das ich habe im übrigen so ein reparatur das hast du ja schon ne wo bist du überhaupt ich weiß auf der anderen seite des kartos ja ich muss halt erstmal sehen dass ich hier irgendwie heal finde ich habe nur sowas äh ich habe nur minis davon zwei stück aber das habe ich schon alles voll oh hier ist ein medikit und hier wäre aber auch lagerfeuer da ist der ist auf einmal bei mir aufgeploppt also wie soll ich das beschreiben der hatte ja wie beschreibt man sowas der der war einfach da der bot also der war vorher nicht da ja bleibt da wenn dort kein anderer ist ja versuch mal bitte irgendwie ähm unten die straßensperrung kaputt zu machen äh brauch halt fünf stück muss ich kaputt machen mir wird aber ordentlich geballert in der stadt warte eins ach ich muss sogar zehn stück kaputt machen zwei drei die zählen nicht wenn ich die kaputt mache scheiße oder ich mach grad die falschen straßen den dinger kaputt die großen braun musst du kaputt machen ja wenn ich der meine mache ich sieben sieben von zehn acht von zehn neun eike ist ein lila sniper das hast du beim letzten mal das hast du beim letzten mal ja hier bei mir oben wow schüttet ich bin aufs haus und da oben waren welche lol auf dem haus wo ich jetzt gerade bin oder wie ja der hat ein no scope schüttet mit der sniper gekriegt von mir kommen sie mal her warte scheiße verfehlt ja ich bin unten im haus ach hier unten im haus drinne what the ja kannst du vergessen lade nach alter ihr wollt mich picken ernsthaft haha ach scheiße oh ey ich hatte so geilen loot ah ja das war so ne dumme aktion vier aufgaben drei aufgaben alter acht minuten geht die aufnahme ja ich lass dich jetzt los wir machen doch eh na oh oh gott äh vorne dran und damit straßensperren kaputt machen ja ja da können wir bei deiner stadt landen noch mal die mal ja fast ja letzte schulwoche für meine kinder Und dann sind Osterferien. Das heißt, wenn die Folge auf YouTube kommt, sind Osterferien schon längst rum. Also Auto, Kuhfänger, fünf Straßenbarrikaden. Die gibt es nämlich alle in der Stadt. Keine Ahnung, wo hier bei Tilte diese Sender sind. Äh, außen! Nein, das weiß ich, aber nicht wo genau. Ich überlege gerade, ich lande auf dem Luftschiff. Ich glaube, da oben müsste tatsächlich einer sein. Ich werde auf dem Luftschiff versuchen zu landen. Achtung, auf dem Luftschiff ist einer. Der hat eine große Munitionskiste gelootet. Das bin ich? Nein, den habe ich gerade abgeschossen. Der war bei mir hier unten mitgelandet. Ich habe einen Bot. Der pümmelt da immer noch unten rum. Der ziert auf mich. Der ist da unten drin. Wo unten drin? Okay. Versuch mal von der anderen Seite zu kommen. Der, der ist nämlich jetzt durch die Tür gegangen. Ich bin jetzt auch im Luftschiff. Der? Der boah. Achtung, ich bräuchte Hilfe! jetzt noch ein spieler wasser nein dann renn weg ich bin unten spieler hat kein schild mehr ich auch nicht da ist hier unten sind auch noch spieler der heizt sich mit schild der kommt hoch gerannt der ist über uns was ist bei dir hinter dir war gerade scheiß hat mich gerade lex da sind beide ja keine chance ich hab nur so ein scheiß sein rotzgewehr naja kommt passiert halt ja